Mit großen Tamtam feierten Schüler, Lehrer, Stadträte und interessierte Eltern die Eröffnung der Erdgas-Ausstellung im Foyer der Grund- und Mittelschule. Das Schulorchester und der Lehrerkorps hatten dazu eigens mehrere Musikstücke eingeübt. Auch die Verköstigung und die Führung der Gäste durch den Abend übernahmen die engagierten Schüler. Mit der Wanderausstellung hat Erdgasschwaben ein klares Anliegen. In dieser Ausstellung möchten wir den Kindern, die das Thema Energie näher bringen, begreifbar machen, begreifbar mit allen Sinnen. Es geht darum, wie war die Energieversorgung gestern, wie ist sie heute und wie wird sie in Zukunft sein. Denn je mehr Energie wir verbrauchen, umso mehr Umweltzerstörung leisten wir in dem Sinne. Das heißt, wir müssen die Energie sparsam einsetzen, wir müssen effiziente Geräte einsetzen und wir müssen regenerative Energien einsetzen. Aber nicht nur die Kinder waren fasziniert. Auch die neugierigen Erwachsenen probierten, beschnupperten und erkundeten die interaktive Ausstellung. Besonders die Herren der Schöpfung fühlten sich dabei an den heimischen Experimentierkasten aus Kindertagen erinnert. Auch der Bürgermeister war begeistert. Ich glaube, man kann vor allem in Bezug zur Technik lernen, das spielerisch lernen, begreifen, mit den Händen begreifen, auch ein Stück fühlen. Es gibt ja eine Möglichkeit, seine Hand zum Beispiel auf ein Gerät zu legen, er wird so langsam warm. Das kann man sich viel besser vorstellen, übrigens nicht nur als Kind, sondern als Erwachsener auch. Mit dem Titel Energie gestern, heute, morgen trifft die Erdgas-Ausstellung in Zeiten der Energiewende auf großes Interesse bei allen Generationen. Die Jugendlichen der Wemdinger Grund- und Mittelschule finden besonders über die digitalen Elemente der Ausstellung Zugang zu dem wichtigen Thema. Ein Thema, das ihre Zukunft maßgeblich beeinflussen wird. Gut also, wenn sie sich heute schon damit vertraut machen. Gut also, wenn sie sich heute schon damit vertraut machen.